Der 30. August 2022 stand beim Stadtfest in Lengefeld ganz unter dem Thema Heimat. Im Festzelt spielten am Abend die Heidelbachtal-Musikanten auf und lockten das Publikum mit zünftigen Klängen zum Mitklatschen oder sogar zum Mittanzen. Untertitelung. BR 2018 Bereits am Nachmittag unterhielten folgende Klänge die Gäste. Bereits am Nachmittag unter dem Thema Heidelbachtal-Musikanten auf und auf dem Thema Heidelbachtal-Musikanten auf dem Thema Heidelbachtal-Musikanten auf dem Thema Heidelbachtal-Musikanten. Also ja, es war ein älteres Alter, aber sonst, sag ich mal, hat alles gut geklappt und man merkt auch die Textsicherheit bei den Älteren. Die haben schon gut mitgemacht. Für mich war es eine große Ehre heute, 500 Jahre mit dabei sein zu dürfen als Günther Anton. Und ja, ich denke, wir haben das Beste draus gemacht. Ich wünsche vor allen Dingen, oh, der Stadt Lengefeld noch alles Gute, vor allen Dingen für 500 Jahre. Also das ist schon eine große Zahl, muss man echt sagen. Der Auftritt heute ist keine Eintagsfliege. Es wird nachgewaschen, um es mal so zu sagen. Es wird nachgewaschen. Ja, also Anton Günther zu machen, ist mir wahrscheinlich irgendwie bildende Wiege gelegt. Das kam mit der Kette in der Aureimung zustande, auf alle Fälle. Und da bin ich auch sehr dankbar und bin auch stolz darauf, das zu machen, vor allen Dingen. Und wer dich hier in Lengefeld verpasst hat, hat noch eine zweite Chance zum Umzug. Genau, der am Sonntag jetzt stattfindet, Umzug in Lengefeld, dort werde ich auf alle Fälle mit laufen und vielleicht alles eine oder andere Liedel zu spielen. Wir freuen uns drauf. Also dir für die Zukunft alles Gute und wir gehen jetzt gemeinsam noch eine Runde feiern. 500 Jahre Stadt Lengefeld. Danke gleichfalls.